Einen schönen guten Tag, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Chart Flash für Montag, den 11. Oktober. Gut und wir beginnen direkt wieder mit dem großen Bild im S&P 500, mit dem Wochenchart und dem langfristig steigenden Trendkanal. Wir sind hier an der oberen Trendkanalbegrenzung in den Vorwochen, wie erwartet, nach unten abgeprallt. Genau so wie in den vergangenen 10 Jahren, wo wir ebenfalls immer wieder hier an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten abgeprallt waren. Und möglicherweise werden wir hier vor einem längeren Rücklauf stehen. Im Tageschart hat sich die Lage für den S&P 500 schon ziemlich eingetrübt. Und möglicherweise werden wir also hier weiter Kurs nehmen im Wochenchart auf die Marke von 4080 Punkten hier auf den 50er EMA und brechen wir hier nach unten durch. Dann wäre hier zunächst der untere Fibonacci Faker die nächste Anlaufmarke. Gut und dann machen wir weiter mit dem Tageschart im S&P 500. Da bewegen wir uns hier mittlerweile etwas über dem 10er EMA, die übliche Korrekturzone in einer Abwärtsbewegung und haben hier auch leicht den 50er EMA erreicht, aber nicht überschritten. Es gab hier einen Überschreitungsversuch am Donnerstag. Da sind wir dann mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen. Am Freitag folgte dann die schwarze Tageskerze. Und wir kämpfen hier nun aktuell um den 50er EMA, sollten wir hier nach oben durchbrechen, dann wäre ein neuer Hochlauf zum Verlaufshoch bei 4.465 Punkten wahrscheinlich. Und prallen wir hier wieder nach unten ab, dann würde hier ein Short-Signal entstehen, sobald wir dann hier unter den 10er EMA fallen. Dann könnten wir auch das noch offene Gap schließen und dann dem Abwärtstrend folgend weiter Kurs nehmen hier auf das Verlaufstief bei 4.278 Punkten und dieses dann höchstwahrscheinlich auch unterschreiten. Gut und wir kommen dann zum Euro-Dollar. Der Euro-Dollar befindet sich weiterhin im Abwärtstrend, gerade auch hier nach dem Durchbruch unter den 200er EMA war dann klar, dass wir vor einem langfristigen Abwärtstrend höchstwahrscheinlich stehen werden. Wir konnten den 200er EMA in der Aufwärtsbewegung auch nicht mehr zurückerobern, wurden hier dann vom 10er EMA abgefangen mit dem Verlaufshoch bei 1,197 Dollar und fielen dann weiter runter. Es gab dann noch einige Ausbruchsversuche nach oben und einige Anstiege hier zum 50er und 200er EMA, die aber dann jeweils immer wieder ausliefen. Der Euro-Dollar prallte dann immer wieder nach unten ab und setzte dann die übergeordnete Abwärtsbewegung weiter fort. Im Verlaufstief haben wir nun 1,152 Dollar erreicht und befinden uns hier aktuell in einer Seitwärtsbewegung, aber weiterhin klar unter dem 10er EMA. Und solange dies der Fall ist, ist direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen, können wir nachhaltig über den 10er EMA ansteigen, während mit einer stärkeren Aufwärtskorrektur Richtung 50er EMA zu rechnen. Am übergeordneten Abwärtstrend würde dies alles nichts ändern, hier würde sich die Lage erst wieder aufhellen, sobald wir hier über den 200er EMA ansteigen können und davon sind wir aktuell sehr weit entfernt. Gut und bei den Einzelaktien schauen wir uns den Wert Apple an, der befindet sich hier seit dem Verlaufshoch bei 157,26 Dollar im Abwärtstrend. Wir sind ebenfalls hier unter den 10er EMA gefallen und haben damit direkt weitere Schwäche angekündigt, die dann auch eingetreten ist. Wir sind dann aus dem steigenden Trendkanal nach unten durchgebrochen, haben auch den 50er EMA nach unten durchbrochen, damit weitere Schwäche signalisiert. In einer Aufwärtsbewegung wurde hier der 50er EMA und der 10er EMA angelaufen, ein Durchbruch nach oben erfolgte aber nicht. Insofern wurde die vorherige Schwäche weiter bestätigt und man musste dann von weiter fallenden Kursen ausgehen. Und mittlerweile haben wir dann hier ein Verlaufstief bei 138,27 Dollar gebildet und befinden uns hier in einer Aufwärtskorrektur mit einem Gap ab von Mittwoch auf den Donnerstag. Und diese Aufwärtskorrektur könnte möglicherweise bereits am heutigen Montag wieder auslaufen. Wir haben am Freitag hier eine schwarze Tageskerze gebildet und könnten möglicherweise hier vor einem erneuten Durchbruch nach unten stehen unter den 10er EMA, das noch offene Gap schließen und dann dem Abwärtstrend folgend auch das Verlaufstief bei 138,27 Dollar unterschreiten. Und letztendlich wohl Kurs nehmen hier auf den Bereich um den 200er EMA bei 134,38 Dollar. Gut und damit wären wir dann mit dem ING Markets Schadflash für den heutigen Montag schon wieder durch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Trading, einen schönen Wochenbeginn und ich melde mich dann am morgigen Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call. Vielen Dank.